Jo Leute und dann willkommen zurück zu das Bekloppten-Projekt Ja Hier haben wir den Flash-Shooter Und Johnny Nöööö Der ich eh gleich nicht mehr hören werde bei der Musiker Richtig Du Frodo alter Weiß wie der Hase läuft Ne Er ist schon so ein Vogel Weißt du gar nicht Er läuft zickzack Nein, er läuft im Kreis Er läuft im Kreis Er läuft im Kreis Er macht nur YOLO Erstmal YOLO und alles wegnehmen Und nur Swag Hugen so ne Jööööö Bist du ein Affe Ja und Wenigstens hab ich ihn gehört Du bist ein scheiße Ameise Nöö Habt euch wieder lieb ne Der mag mich nicht Der mag mich nicht Der mögt euch gegenseitig nicht Ich mag deine... Deine linke Hand Hä? Okay, hier endet das wieder unglaublich So Jungs, ich bin einmal am Muckelein Mach das, viel Spaß Bis später Wenn wir was wollen Dann schlupst ich dich an Ja, ich trotzdem noch So ein bisschen Ey, Johnny Du bist so doch hoch Was? Was? Nix Willst du Schläge oder was? Ne, ich wollte nur Hi Johnny sagen Ey Johnny Johnny Du bist so gemein Der hält dich nicht mehr Hallo Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das denn jetzt? Ach, hab mich doch lieb Was wollen wir... Wie war... Was... was auch immer machen? Weiß ich nicht Ich wollten einfach nur stören Damit da keine Musik hören kann Wasser Welch netter Mensch bin Ich nehm mir mal so ein bisschen an Rohstoffe mit Aber auch nur ein bisschen Ja, dann nimm nicht alles raus Dann teile dir das nichts Nein, nein, mach ich doch nicht Ich mach zwei drauf, weil Johnny schon geklaut hat Der ist schon gelootet Ich nehm mir nur ein bisschen mit Was ich Gebrauchen kann Dass ich zumindest anfangen kann Meine Turtles aufzubauen Ja, weil... Ja, dann nimmt er gleich alles mit Nein 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 Die Loot hat doch... Auch nur ein bisschen Redstone und so Lootet doch sowieso alles weg da Ich kenn euch Und zumindest so, dass ich mir ein paar Pipes bauen kann Aber ich hab schon alles zusammen Ja Das reicht auch Was andere kannst du dir ruhig mitnehmen Ich werd mir da auch gleich Ich werd mich gleich voll bedient da Ich werd mir auf jeden Fall eine eigene Smell Theory bauen Ja, musst du auch Ich muss uns schauen wie das geht Oh, Nutz Wird das nicht so einfach zu bauen Ja, aber ich hab das ja noch nie gemacht, ne Tutorial Videos hab ich alles Na, gleich beschwert sich der Johnny Okay, so Hast gesehen das, was du hier mit der Anlage gemacht hast, ne? Mit welcher Anlage? Ja, wo man immer reinsetzen kann und dann neu rauskriegt Die Smell Theory Nein Was denn? Ich will den Samen setzen Ja, Debug Switch Ja, das hat hier letztens Spark als Tutorial gemacht Ist das nicht dein Ernst, oder? Doch, ist es Was ist das denn? Frechheit Ja, ne? Hättest du mal selber machen müssen Ja, hab ich doch Hab ich doch Hm? Ich hab doch davon Tutorial gemacht Ja, ne Was ist Johnny? Was ist Johnny? Der labert irgendwas und dann noch nichts mehr Ja, du musst auch mit uns dann reden Was haben wir hier? Ja, Johnny wärm dich auch gern, ne? Ja, ich sag ich auch Ja, was hast du grad gesagt? Ich hab gesagt, das hast du eh geklaut Ja, von wem denn? Keine Ahnung Ich hab das nicht geklaut Von deiner Mutter Von deiner Mutter Von deiner Mutter, die spielt So, noch ne Webbench mitnehmen Kann ich eigentlich dann Spark dafür anklagen, dass er mir das vorgenommen hat? Aber sicher doch Aber sicher doch Du hast doch nen Schaden, echt Der hat das bestimmt bei mir gesehen und dachte so, oh Der kann mir nix anhaben Ja, das kann man ja mal mitnehmen Das kann man ja auch nachmachen Ähm, noch ein bisschen Futter mitnehmen Weißt du wann das hochgestellt hat? Hm, weiß ich nicht mehr Man findet ihn auch ungefähr ne Woche, oder müsste das jetzt her sein Mein Schokobo, Schokobo nehm ich auf jeden Fall auch mit Ja, nehm ruhig Zerro mit, Alter Das Mistviech nervt da drinnen Äh, 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 äh Kommst du rein, hast wieder ein ganzes Paket Federn voll Ja, das ist doch geil Kannst du schön viele Satteln immer bauen Dann kannst du auch ne Schokobo-Rüstung machen Bist du richtig flauschig Ja Flauschig? Darauf stehst du doch Oh ja Oh, ist das geil Schleck mal Schleck mal, ah ja Jetzt kommt wieder die ganze Silberscheiße hier Was haben wir denn noch, was wir mitnehmen können? Weißt du, ob wir eigentlich ein Slip-Programm hier auf dem Turtle haben? Ne, haben wir nicht Verdammt, ey Das haben wir programmieren müssen Also ich wollte das eigentlich Dass er Zwei nach vorne geht Vier nach rechts Und dann in die andere Richtung Äh, neune Und dann geht er wieder in die Mitte rein Und gibt wieder zwei Blöcke nach vorne Mhm Oder, ne, drei 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 nach vorne Ja, das kann man voll einfach selber programmieren Ja, deswegen ja Ähm, was haben wir denn hier noch alles rumliegen? Lalalala Hast du eigentlich da vorne die Diamanten rausgeklaut? Bestimmt, ne? Ne, ich habe mir keine Diamanten rausgenommen Was hast du denn da rausgenommen? Ach, Diamanten brauche ich ja eigentlich noch Ich habe mir ja 26 Stück rausgenommen Ja, ist klar Ja, da waren zwei Stacks drin Sei mal ruhig Nehm mir nur 13 raus, das reicht Ich nehme mir das Uran raus Mach doch Ich bin ruhig Ich bin ruhig Scheiß auch saubere Energie Mann, das ist Minecraft Minecraft Eieiei Super sterilisiert Alter Aber Wo wir die Türme gemacht haben noch Das ist noch alles da Ja? Mhm Ja, ich sage ja nur die einen Türme wo ich Warte mal Wie war der Befehl? DC? Ähm Slash DC Leaderboard All Leaderboard All Ey, die Tode sind noch da, ne? Was ist das denn? Ja, weil das irgendwo drin gespeichert ist Frechheit, ey Davon gehen vier Tote auf dein Konto, Johnny Nein Doch Wirklich, Johnny Warum? Weil Man hat gesehen, dass sich jemand hinter dem Turm hochgesteckt hat Ja gut, du musst doch nicht so hoch gehen Ja toll, habe ich auch nicht gesehen Kommt oben an, Battle Golem ist da Aber die Kiste war leer Passiert 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 ist klar Was für ein Böse, ne? Ja, und dann muss ich den entweder töten Oh mein Gott, mein Handy has been great Boah Das hat man gehört, aber voll Ja Ja, das ist halt Samsung Galaxy S2 Das ist halt laut, ne? Werbung Sogar ein S3 Werbung Samsung Galaxy S2 das beste Handy Gelsi Gelsi Ja man, die neue Mark Gelsi Ey, was ist ein Gelsi, Alter Das neue Türken-Modell Gelsi Toll, nachher hast du wieder Rassisten-Kommentar runter Ja und? Geht auf euer Kanal Ja, kann nicht reparieren Abonnieren Fuß hoch Daumen hoch Guckerole Alter Was ist du für ein Fetisch, Mann? Abonniert mich, ja, bitte Das ist geil, ne? Schleck mal Dann schleck' ich euch Oh Mann, ey Ach ja, deine beiden Gräber hier oben hängen auch noch Flash Ja, warum habe ich eigentlich zwei, frage ich mich immer noch Ach so, das war ich Du bist doch zwei Mal im Haus gestorben Ach ja Einmal durch meine Hand aus Versehen Auf einmal haben wir jetzt, wo wir so Neuhäuser waren, auch wieder so eine Enderman-Plage Och, ey, ist eigentlich der Swift davon zu? Wir haben das nicht gefunden Ist auch besser so Das ist unsichtbar, du findest das nicht Ist auch besser so Da kann man eine Enderman-Farm rausmachen Ja, das kann man machen, aber trotzdem Wow Wir haben doch hier diese Spawner drauf Diesen Spawner-Mod Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Alter Schede Ich back hier drin, scheiße Ach, das Ding ist auch noch voll Heute auf Erdickel Das große Kacken Hast du dir das große Backen geguckt? Ich hab fast 5 Minuten geguckt und hab mir wirklich überlegt, was passiert, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist Und auf einmal große Kacken steht, so In so einem TV-Magazin Du hast auch nen Knall, aber echt Ja, Backen und das große Kacken Oh mein Gott, ey Unglaublich hier Komm mal her Zero 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 Wer sagt, dass du Zero adoptieren darfst? Weil Zero ihm gehört Wer sagt das? Toll Bin durchs Portal Und jetzt fall ich aus der Welt Ich will aber auch Zero haben Ja, bist du tot Jetzt darfst du erstmal für heute nicht mehr aufnehmen Ja Arsch Lächerlich, er sei Mist Toll Echt ey Aha Ich bin rausgegangen grad Ja, ja, ist klar Ja Sagen sie alle Dieter Kack-User Und ich bin eben rausgegangen Das ist, weil ich mit Zero durchs Portal gegangen bin Das war das Problem Ja, Zero mag keine Portale Ja Ne, normales Portal mein ich Trotzdem mag ich keine normalen Portale Ja Hör ruhig Der mag die einfach nicht Hör mir doch mal zu jetzt Du stinkst Nein Habt euch Habt euch wieder lieb Du stinkst nach Kacke Du stinkst nach Frekalien Fre... Alter Ja Das ist genau das gleiche Aber scheiße Wo sind wir hier gelandet? Achja... Im Frekalien-Unternehmen Das frage ich eigentlich hier Wir machen Frekalien Wir machen Geld Wir sind hier positiv hier gelandet Naja Weißt du, wir nehmen die Frekalien Pressen die zu So... Klumpen Und die verbrennen wir dann Boah, der hat doch echt einen Schaden Jul 31 Ja, so kann man Turtles befeuern Die Frekalien-Befeuerung Ja man Du kannst du eine Folge nennen Ach, warum komm ich denn bei dir raus? Ich wollte doch in ein Zellenportal Du kannst du eine Folge nennen, Santos Frekalienobjekte Ja, die Frekalien... Frekalienbombe Frekalienbombe Nein, die Fre... Frekalienbombe Die Frekalienbombe Die Frekalienbombe Optimus optimiert Optim... Optimale Energiepower Die Rektalienkanone Rektal... Halt... Boah, also der Rektalpenetrator Ja, namens Jonny Ich nehm das mit, ich nehm das mit Ich nehm das mit Boah, ich hab' schon viel zufrieden, man Komm her, Jonny, komm her, komm her Donny Jonny... Geht grad deine Kirche Alter, mach mal das Fenster zu Ja, hier ist aber nur wenn ich spreche Boah Boah Geh doch einfach Okay, ich geh jetzt Ciao Tschüss Ey Jonny Jonny Look at my Pony My Pony is amazing Geh wie nehmlich Wooo Ich hab' dir das mal fünf Stunden lang reingezogen Danach muss ich jetzt meine Psychiatrie Ich nehm' in halbesteck Diamanten draus, ne? Ey, mich dafür anmachen, weißt du, oder? Ey, du hast ein ganzes Deck genommen Ich hab' 26 Diamanten in meiner Kiste, halt die Fresse Und ich hab' nur 13 rausgenommen Boah Boah Hey, bei mir Verdammt Hey, jetzt häng' auch noch ein Spilletsfest, toll Voll reingeschwinkt Irgendwie sollten wir gleich mal ein Meteoritenschild machen Ich hab' mich hier schon an aufgestellt Ja, weil du bestimmt das ganze Material von hier weggenommen hast Was ist doch noch alles da drin? In den Ton Okay Machen wir jetzt erstmal gleich schön ein Solarpanel Und damit befeuere ich mein ME-System Aber warum hab' ich jetzt den scheiß Zombie? Bei dem ich Schaden kriege, wenn ich den Schlag Weil der, äh, Dorn hat Das heißt, Misfier echt? Mhm, das sind diese, äh, Boss-Zombies Ja, ich weiß Ja, aber die Frage war, warum ich das scheiß Vieh jetzt hatte Ja, weil er dich hasst Ja Hat jemand irgendwie, äh, Afterlife auf seinem Ding drauf? Oder, ähm, Vampirismus? Ja 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 gut Ich hab' beides drauf Haste ist Geschwindigkeit Achso Weil, äh, ich seh' nämlich grad, weil wir Spawn-Eier schon wieder haben Spawn-Eier Ja, das war auch ich Hab' schon wieder so'n Spawn-Spec bekommen Das Looting auf einer Waffe bringt das echt an Ich hatte auch irgendwas auf der Waffe drauf, ähm, was diese komischen Seelen gemacht haben Ich weiß gar nicht mehr, was das war Soulfeather, äh ne, oder Soulstealer Soulstealer Soulstealer? Ja Soulfeather ist, wenn du stirbst, dass die Waffe beigebleibt Also, Umbraging 1, Sharpness 3, Vampirism 1, High Aspect 1 und Glutlighting 1, oder Glutlighting Ähm, so ne Art Huuu, that's dirty Johnny, hast du das auch schon mit den Schicken-Reiter mitbekommen? Scherz-Mucke Arschloch Schicken-Weiler Ne, Flash? Schicken-Reiter? Schicken-Reiter Schicken-Schicken Winner-Winner-Chicken-Dinner Schicken-Ficken-Inner-Schicken-Dinner Winner-Winner-Chicken-Dinner Boah, ich geh' jetzt mal ins Nether Viel Spaß In's Nether In's Nether In's Nether In's Nether In's Nether In's Nether Dramatik-Legastheniker Du Arsch mit Ohren Ist das Sandstein? Du Ohren mit Arsch Gas Hatten wir eigentlich nicht noch Minium Stone? Ja, kann sein Oder hat den Inger an einem Inventar? Ne, ich hab den nicht Oder ist der weg? Weil wir einen super Backup hatten Autsch Autsch Ich hab nämlich schon eine ganze Törtel am Laufen gehabt Wir hätten einige schon schön gemacht Aber naja Aber du scheiß Gas Geh mir nicht auf den Sack Echt Du und den Sack Sag grad der Richtige Wo ist der denn? Wo ist der denn? Uh, that's dirty Bei mir? Uh, das ist bei mir voll am Längen Wenn ich in die Kiste reingucke Ja? Warum das denn? Das ist bei mir Das ist bei mir Das ist bei mir Das ist bei mir Das ist bei mir